So Freunde, der große Moment ist da. Heute mal wieder Handyaufnahme. Wir wollen es verewigen. Wir holen jetzt Mikey ab, unser neues Familienmitglied. Wir sind jetzt schon da, gehen jetzt gleich rein. Das Witzige ist, wir sind mit meinem Auto losgefahren zuerst und sind dann nochmal zurück und haben das Auto gewechselt. Und ich fahre ja einen AMG, der sehr flach ist. Du spürst einfach jede Bodenwelle. Und ich kenne dieses Gefühl, wenn dir schlecht wird, weil ich merke das, wenn ich auf dem Boot bin oder was, ist der Horror. Und wir wollten es dem Hund nicht zumuten. Und jetzt sind wir hier mit dem Bus hergefahren. Also nochmal umgedreht, sind mit dem Bus hergefahren und jetzt holen wir Mikey ab. Und ich hoffe, die Fahrt wird nicht allzu mies für ihn. Es sind ungefähr 30 Minuten. Und meine Kinder zu Hause, die stehen natürlich schon so unter Strom, konnten nicht schlafen und so weiter. Ja, ein spannender Moment. So, kurzer Zwischenstopp hier, damit Mikey nicht zu lange im Auto sein muss. Kannst du mal ganz kurz deinen Bauch erholen, Mikey, hä? Was ist hier los? Was ist hier los? Er musste leider eben am Ende doch noch ein bisschen kotzen. Oh, echt? Das müssen wir hier auch verewigen. Er hat es geschafft. War die Fahrt schlimm, hä? Nein, er ist gerade nicht wieder. Nein. Ich will ihn heben. Komm doch an. Oh, nein. Komm, wir gehen rein. Warte, dann muss ich noch ein bisschen. Er ist doch gar nicht so klein. Ich habe ihn nicht selber in der Film gestellt. Halsdruck, so was? Opa wird wohl erstrecken. Der Arme, hey. Das ist jetzt für ihn eine mega Stresssituation, weil alles neu ist. Aber da muss er durch, ne? Okay. Okay. Mach den mal sauber hier. Also Freunde, wir sind angekommen. Jetzt erst mal Ruhe reinbringen. Der hat eine lange Fahrt hinter sich. Und wirklich, auf die letzten zwei Kilometer hat er dann doch noch mal ein bisschen kotzen müssen. Aber ansonsten ist alles gut gelaufen. Zu Hause angekommen. Mikey, hast du es geschafft? Ja, hast du es geschafft? Ja, hast du es geschafft? Hast du es geschafft, Mikey? Ja. Jetzt hast du es geschafft, gell? Und wir machen regelmäßig Familientreffen, gell? Mit den anderen. Da brauchst du keine Angst haben. Wir machen Familientreffen. Und du hast jetzt gleich einen neuen Freund. Eine Katze. Oh oh, anderer Hund. Oh oh. Wer kommt da in mein Revier? Wer kommt da in mein Revier? Da haben wir noch einen. Oh oh. Oh oh. Da hält schon jemand Ausschau. Was ist los mit dir, ha? So Freunde. Leise. Das war jetzt ganz schön stressig für ihn. Er ist eingeschlafen. Und heute Nacht macht er uns bestimmt die Hölle heiß. Mäh, mäh. Ich muss aufs Klo. Jetzt schläft er. Also Freunde. Ich halte euch auf dem Laufenden, okay? Er ist angekommen. Ich halte euch mal. Ich halte jetzt gleich mal einen Moment. Vielen Dank.